hallo hallo heute meine damen video von holly ja weil die doch motor vor holly hat nämlich beim gewinnspiel mitgemacht beim kanal ein und verrückte schwester genau ich kann es nicht verlinken das wisst ihr ja schon dass wir zeige ich euch und eventuell können die verrückten schwester kommentieren dass ihr wisst welcher kanal das ist so das ist also das päck hier so wir machen das auf moment ich stimmung gerade pause mache dass man nicht die adresse sieht so sieht das dann aus jetzt halt mal auf die seite und dann kannst du auspacken na ja so warte mal ich möchte das mal moment so stelle es auf meine band und dann kannst du nach und nach raus holen okay so da habe ich die center-shocks auf die habe ich mega gefreut ja ja das das weiß ich noch das sind sogar halloween edition oder was gibt es die ja da gibt es verschiedene ja ja cool guck mal mit mit gespenster und dings ein bisschen ins schiebe soja erwarte ich stelle ein bisschen nach vorne genau cool ich freue mich mega ja ja danke soll ich das an die seite stellen ja stellst du da hin ja okay hat er letztendlich ein stanzteil von meiner arbeit so zunächst ist das dann das aber das ist ja toll darauf freue ich mich schon die ganze zeit guck mal hältst du mal hoch das ist so ein einhorn und äh und dann ist da wie heißen die rollen wieder da da ist jetzt klebstreife da da ist jetzt normal äh äh klebstreife das ist jetzt keberschie tape das ist klebstreife okay dann hier noch ähm klebstreife das ist so cool das wollte ich schon unbedingt haben danke auch für das das ist so cool dann der stift dazu also das ist äh kuli äh also kugelschreiber guck mal wo ähm den wollte ich auch unbedingt haben denn äh eine freundin aus meiner ähm klasse die hat den auch und ich wollte den unbedingt da ja 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 deswegen wollte ich den auch unbedingt da ist noch brief drin brief warte mal den machen wir mal auf okay ähm holen wir einfach raus aber machen wir nicht direkt auf nicht dass so ein stück was nicht jeder sieht da ziehen wir raus guck mal da ist so schön die karte ja mega schön die ist ja mal toll und der umschlag ist auch so cool ja so der glitzert mega sieht man das wie der glitzert also kannst du zeigen so kannst du zeige und kannst du aufmachen du musst schon unter die kamera gehen dass man dich sieht soll ich aufmachen? ja hier cool danke soll ich vorlesen? ja kannst du machen okay herzlichen glückwunsch du hast unsere weihnachtsverlosung gewonnen frohe weihnachten und ein frohes neues jahr wünsche ich dir ich wünsche euch auch frohe weihnachten und auch ein ja wünsche ich euch auch und eurer familie auch frohes neues jahr ja wünsche ich euch auch ne genau cool schön in und a verrückte schwestern hier ist auch wieder der kanal also so heißen die wieder cool danke kannst du das buch noch? ja oh das ist auch sehr cool so dann ist der karton leer dann kann man den weg machen und hier ist das buch verdammt ich bin ein buch ein was? verdammt ich bin ein buch verdammt ich bin ein buch cool dazu ein dämliches wie krass ist der titel dann also hier dann oh so cool das finde ich mich auch mega gefreut ich habe mich eigentlich auf alles gefreut ja cool ja cool mega das ist ja mal toll lass ich mal grad gucken ahja holli ne das ist ja dann das buch für dich ne ja das ist mega cool ach toll cool ja mega cool ich freue mich mega ja schön also ähm ich bedanke mich mal auf jeden Fall ich mich auch sehr sogar ja also das doch freut mich dass meine Töchter sich noch gewonnen hat ähm ja das wollten wir euch dann zeigen so vor der Kamera ja weil holli wollt ja auch mal äh ein Video machen ne ja ja gut dann bedanke mal aus ganz herzlich ja mega sogar ja das freut sich das ist jetzt grad für den Hemd kommen und wollt jetzt mit aller Gewalt zuerst das Päckchen machen ne weil ich dann gesagt jetzt löschen wir noch zu das machen wir dann vor der Kamera auf mhm weil ich ja gesagt haben das mal vor der Kamera aufmache ja und jetzt äh jetzt hoho hat sich so gefreut ne mhm ahja gut wir wünschen euch noch ein schöner Dach ja und macht's gut bis dann bis dann tschüss 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 tschüss